Wir machen jetzt wieder eine Outfit Challenge. Wir müssen mit drei zufälligen Emojis ein Outfit zusammenstellen. Schreibt doch mal weitere drei Emojis für das News dabei in die Kommentare. Leute, meine Emojis waren ja gerade eben wieder eingeblendet, also sind eingeblendet. Und mein Outfit ist einfach nur rot-weiß. Also kann nicht so schwer sein, aber ich sehe einfach absolut nichts rotes. Also es ist ein bisschen kritisch. Ich bin jetzt da unten gefahren, weil es gibt einfach absolut nichts rotes. Also ich finde nichts, ich brauche einfach nur ein rotes Oberteil oder irgendwas rotes. Einfach irgendwas rotes. Ich habe jetzt ein rotes Oberteil gefunden. Eines. Freunde, ich bin jetzt in der U-Kleide. Ich habe übrigens keine weiße oder rote Tasche gefunden. Und ich habe auch nur ein weißes Oberteil gefunden. Das ist Katastrophe. Freunde der Sonne, Mandy wird jetzt ihr Emoji-Outfit anprobieren. Freunde, Mandy ist jetzt fertig, hat jetzt ihr Outfit an, aber das seht ihr jetzt in meiner Story.